Willkommen zurück zu einer neuen Folge we want back ja wir sind zurück wir wollen zurück und die Scheiß Ratte ist weg das gefällt mir überhaupt nicht Ratte was zum Teufel ist das ich habe jetzt nichts gefunden wo ich ein Foto machen hätte können nein nicht schon wieder das Spiel das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal da war ein Knochen das da war eine Hand drin bloß weg hier da ist der Ausgang ich habe Bock dann wegrenzen zu müssen vor irgendwas so ein Spiel wollte ich eigentlich gar nicht spielen und die Scheibe wird immer mehr kaputt das gefällt mir auch nicht oh 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 Ist es weg? Das war mal ein Mensch. Das war ein Mensch. Das Problem ist, was passiert, wenn ich jetzt dahin renne? Ich werde steigen, wenn ich es nicht versuchen würde. Ja, da haust du wieder ab. Hä? Du Feigling. Puh. Mal ganz ehrlich, das ist... Nee. Nee. Okay. 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 Ich sag mal nix dazu. Ich glaube, wir müssen noch insgesamt drei Runden laufen, bis wir den Code haben. Ja, jetzt geht das Spiel los. Was müssen wir hier finden? Nee. Äh... Ähm... Gut, der lebt ja noch. Aber hier ist so ein Knicklicht. Das ist so ein Knicklicht. Nee, nee, der Knicklichter war das doch immer, was ich anheben muss. Ihhh... 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 Das sind Maden. Ähm... Ah, da! Jo, da haben wir das Foto. Boah. Ja, ich hö. Oh, das wird immer besser. Hier ist keiner drin. Nee. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Jetzt ist die Scheibe wieder fast heile. Hä? Das ist alles seltsam. Ähm, das I ist dort. Die kann ich ja nicht wegmachen. Das ist seltsam. Eins, zwei, drei, dann wird das vier. Zwei, drei, vier. Das heißt, dort müsste nicht das hin. Das müsste eigentlich da hin. Aber ich verstehe das hier alles nicht. Wir lassen das mal so. Wir haben drei, wir brauchen noch ein Foto. Das werden wir da wohl hinkriegen hier. Hier wird uns gleich wieder... Warum ist das schon heile? Äh, irgendwas passiert hier gleich wieder. Ich spüre das richtig. Da lebt die Ratte einfach mal wieder. Okay. 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 nicht. Da ist ein Auge. Ein fucking Auge auf dem Stift. Ich sage nichts dazu. Ich ahne Schlimmes. Ich höre Country Musik. Och nein. Hier ist alles rot. Hier passiert gleich nichts Gutes. Warum ist es bei den Dingern auf einmal... Überall... Blut... Ähm... Okay. Was uns da drin erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Rockstar dancer till I drop. My life is as hard if my home is the club. My stage is the dance, your body never stops. Okay. Okay.